So, eine Garte ist schon wieder im Anmarsch, und zwar die aktive Garte der Fidele Zecher aus Oggersheim. Der hat in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Das ist also auch ein Verein, der viel unternimmt, viel Spaß bereitet. Da ist der Tobias Kummermehr, vorher war es seine Mutter, wo der Verein geleitet hat. Dort vorher war es der Opa, also es ist auch eine Familietradition. Denn ihr Motto dieses Jahr ist, wenn der Chor gekracht und der Fidele Zecher lacht, das ist Pelser Fasenacht. Jawoll! Die haben sich schon vor ein paar Jahren sozusagen umfirmiert zum KV Fidele Zecher Oggersheim. Wir haben ein neues Logo eingeführt, wo neben der Narre Cup auch noch zwei Fidele Duppegläser drauf sind. Also auch was Urpelzisches. Also das Schoppeglas mit den berühmten Tupfen. Duppe, wie der Pelser sagt. Das Markenzeichen des Pelsers. Unbedingt. Der Pelser oder Duppeglas ist kein Pelser. Da sind hinten an einem wenigen nehmen. Doppelz'' Doppelzd!" Pelser. Pelser-